noch besser als der von Brücki. Er hat geschrieben, I'd rather let Tam Kench raw dog me for 60 minutes straight than witness another Yon-Buff. Und das kriegt ja sowas von einen Like. Aber no joke, Yon ist, wenn einfach Yons Wege nerfed werden würde, wäre der Champion okay. Seine Wege ist so unfassbar OP. Und Tam Kench ist auch sexy, muss man sagen. Ja, sexy. Ah, true. Wie hat Bayern jetzt gespielt? Leben wir nicht drüber. Haben sie gewonnen? Sag doch mal jetzt. Hä, voll gut. Wieso reden wir nicht drüber? Sie haben nicht gewonnen. Nein, aber müssen sie ja gar nicht. Oder hätten die jetzt gewinnen müssen? Nee. Naja, also wenn du doch... Auswärts 2-2 ist doch fucking gut. Ja, tatsächlich. Also vor allem im Vergleich zur letzten Woche. Gibt es noch ein Rückspiel? Ja, und das ist ein Heimspiel dann. Ist doch fucking gut. Aber leider hat Leandro Tossa noch ein Tor an der Sechsenat. Wait, welche Rolle spiele ich? Warum habe ich geswappt? Bitte. Ja, welche Rolle spiele ich? Ich bin wieder top. I guess so. Please don't make me blind. Anyone. Achso, ja, hier. Also es ist euer Blind. Achso. Okay. Aber der Shen Blind war jetzt ja auch nicht, ne? Machst du jetzt nochmal Kindle oder? Äh, ich glaube nicht, dass Kindle eigentlich so gut ist. Ich glaube, es hat legit Crabbo gesmurft. Ich glaube, wir brauchen eigentlich tatsächlich Frontline. Ja. Aber ja, also Kindle ist natürlich... Ich kann auch einfach nochmal on-board spielen, ne? Nö. Spiel deinen Carry, ne? Ich smurf wieder, Dokken. Lock ruhig Kindle. Ist fine. Ich kann legit auch einfach immer on- oder oh Gott, äh, nicht on- äh, on- oder Tamquench-Bortline spielen. Ich werde immer irgendwie fein sein und dann mal immer noch Frontline-Mittles. Ich habe nun manchmal Angst, zu viel zu schwitzen, so in der FX-Key-Lobby, aber wann du gewinnen möchtest, Sailors, ja. Ich schwitze oder ein Crabbo, bis ich schwitze. I beg you. Ich glaube, ich werde mal eine Runde Jacks oder Jarvan oder sowas. Sweaten. Ähm. Lane schon keiner rough jetzt, ne? Ja, kannst du hier schon deinen Jungle picken, Tolkien, oder nicht? Ja, ich könnte mir Jacks picken. Swap with me, someone. Und zu lane? Du bist da mein Jinx, ne? Hyper carry, happy carry. Ich würde MF spielen. Okay. Gut gegen Sona normalerweise. Ja, warum nicht? Ich mache es einfach. Bei mir kam jemand in den Check gerade rein, First Message, Jacks geschrieben, deswegen wurde eingeloggt. Ich habe die letzten paar Patches verpasst, deswegen bleibe ich bei dem, was ich kann. So, was kochen wir jetzt raus? Das hat sich Timon actually auch gedacht. Die würden gedidos, ne? Ja, 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 ich weiß. Dann kann man Patches nicht lesen. Nee, klar, die können es halt nicht praktischen. Als ob die im Top-Man eine Tenth-Pick geben. Diese, ah. Nenn sie, sag es. Nenn sie, huuuh. Diese Gemeinis. Ja, und was picke ich jetzt hier? Was blinde ich jetzt hier? Äh. Oh, mein Champion, zack, gegen deren Dorf, eigentlich brüchst du in der City. Ich kann Workscane. Malfight oder so? Aber Svex. Actually, yeah, I like it. Sion. Das ist Sion. Das ist terrible. Ist gut, ist mein Champion gegen Jacks. Ist gut, ist mein R gegen Jace. Ist gut. Sind wir Redside? Wir haben Spellbook oder Comet spielen, Carnegie. Sollte es nicht unbedingt Grasp gehen. Wir sind Blueside. Spellbook oder Comet? Ja. Comet ist simpler zu spielen. Warum so viel Comet? Okay, dann diktier mir die Runen. Comet und was noch? Mana Flo? Äh, Mana Flo. Adrian, du kannst dir natürlich Nila wünschen. Aber ich muss mit Blick darauf, wie viele Spiele wir noch zu tun haben, diesen Wunsch dann leider, ja, leider nicht erfüllen. Außer, du kannst mir irgendwie einen Energy Drink besorgen. Dann spiele ich, was du willst. Und ich mache noch ganz andere Sachen für dich, wenn du möchtest. Jetzt habe ich es gesagt. Ich brauche halt unbedingt einen Energy Drink, Leute. Ich schaffe das sonst nicht. Ich brauche irgendwie, ich brauche irgendwas in die Richtung. So. Essen habe ich jetzt noch da, aber ich brauche was. Ich brauche Energy Drinks. Oder so. Wie weit wohnst du weg? Das weißt du doch eigentlich, oder? Gibt es Lieferdienst so spät? Das wäre dann das dritte Mal heute. Ich habe mir heute Morgen eine Pizza bestellt, weil ich dachte, komm Wind Challenge. Also ich habe Pizza bestellt und eine Pommes. Aber ich dachte, ich komme, reicht für einen Tag. Und dann dachte ich aber auch, dass wir jetzt im Bett sind. Also ich jetzt im Bett bin. Nicht ganz jetzt im Bett, aber in dem Bereich. Dann habe ich mir gerade noch mal Essen bestellt. Und wenn ich jetzt noch Getränke bestelle. Die Marzellen sind erschienen. Die Marzellen sind erschienen. Aber ich dachte, ich esse nicht so viel. Du hast die Arizona, ist später schon disgusting, ne? Aber wir haben sehr viel Backline-Access. MF ist quasi crazy hier. Wenn ich drei, vier Items habe, ist richtig gut. Lol, wie viel Damage habe ich ihm gemacht? Oh, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt gerade auch Wreckfest spielen könnte, anstatt Lexcure. Actually true. Ich habe auch echt Bock gerade. Du hast das nicht gesagt, du hast das vier Stück gespielt und du hast nicht gewonnen? Was? Doch, doch, Wreckfest haben wir. Wreckfest. Oh, okay. Wreckfest haben wir, ja. Das hat Ultrasprass gemacht. Das war unsere halte Community vom Serverbanden, aber danach ging es irgendwann. So true, so true. Jeder, der überhaupt einigermaßen. das Lenkrad bewegen konnte, wurde gebannt. Ja, ja. Trifft den Mittel nicht so wirklich, muss ich gestehen. Das ist ja auch noch nicht wichtig. Ich habe sehr langsam gejumpt, irgendwie verrückt. Das ist so bad von mir. Kein guter Play, denke ich. Das ist nur Bock. Oh mein Gott. Ich bin dabei. Fuck, es ist nicht. Hehe. Fuck, es ist. In der deeper height. Vorzeit, Jungle clear. Das ist topside. Ich denke, I can win this though. Oh, sie ist schon da. Wie gesagt, sehr langsam gewesen. Hast du das Slow-Pushen, ne? Ja. Wenn sie es zulassen, ja. Aber wenn die Geräste gewinnen wir einfach Slow? Also ich glaube, wir gewinnen 2-2 gegen uns, deswegen will ich ja nicht Hard-Pushen. Ich glaube, wenn du eh machst du auf die Serie? Freddy, kannst du move'n? Bleib mir da. Okay, ich bin dead, sie haben mich beide angeflasht. Ich glaube, wir gewinnen Arlen. Ja, MF ist ziemlich ass am Anfang. Aber Sona gegen... Auf Level 4 Spike, gleich nach der Wave können wir gerne. Wolltet ihr tauchen auf der Wave? Schau mal, die haben Angst da, die Gegner. Ja, weil die schlecht sind. Ja, okay, dann lass uns dann... Wenn ich tauchen wollte, mach ich Gromp. Äh, wir können Diven. Nächste Wave. Ja, Talia kann da sein. Okay, dann scout Talia und dann... Ich nehme den Gromp. Wenn Talia da nicht ist, können wir nach den Gromp Diver. Ja. Talia hat keinen Flash, Talia hat keinen Flash. Ja, ich komme. Hast du noch fighten vielleicht? Ja, ja. Hab Gromp. Oh, scheiße. Die Rockstarna. Raus, raus, raus. Ja, raus. Steak, Zonas. Squishy Champion. Willst du Wurfeln werden? Ja, ich weiß, ich weiß. Aber wir können noch fighten? Wir können weitergehen. Buki hat die Wave alleine. Ich glaube, es ist dann in ein paar Sekunden. Zwei. Kein Flash, ne? Kein Flash, Talia. Ja, ja, ja. Ist tot. Tu mir leid. Ist das Playable, denke ich. Haben wir noch ein Spade? Schade. Nice, nice. Okay. Sheriff kommt. Ich block, ich block. Ich glaube, wir sind fine, right? Fighting. Fighting. Skript her. Nice. Das war so fucking geil in der Welt. Ganz bait, ganz bait, ganz bait. Was geklappt hat, ey. Mann, die Sandra ist top TP. Oh, jetzt raus, jetzt raus einfach. Ach, ich bin nun... My bad, my bad, my bad. Wow, wow, wow. Der ist doch hier, äh... Krass, ey? Koreaner oder so, nein? Oh, Bröki, nice Wubben. Ja, nice Wubben. Nice Wubben-Attack, finde ich, ne? Wollt ihr auch gehen? Ich hab nix. Zama! Was sind das für Wubben-Titaden hier, ey? W. Ey, die Lissandra ist quite chunked. Hat die Ulti zufällig? Wissen wir das? Wir waren nicht Level 6. Wir waren nicht Level 6. Wir waren nicht Level 6. Jetzt mach ich alles mit dir, Crap. Wir sind jetzt in deinem Feld Level 6 geworden, actually. Ja, schön, schön. Ich stand vor dir, als sie Level 6 geworden ist. Die Bot-Lang können wir jetzt 60 Minuten lang Raw-Doggy nehmen, wenn du möchtest. Oh, wir haben Bröki ein neues Wort gelernt. Ja. Ich kann euch kaum Top-Lang gerade, wenn ich kurz wollte ich. Ah, sie killt mich grad. Super. Das hat keine Ult mehr. Vielleicht war bei mir. Äh, ich weiß. Die sind wieder Base da, Bröki. Machen wir Slow-Push, bis die Show. Äh, dürft ihr bald wieder ab sein. Oh, die sind schon. Ich befürchte, sie hat sich viel für den Crew. Okay, komm, komm, komm. Okay, komm, komm, wir sind nicht viel. What's up? Nice, good job. Super für dich. Der Jace hat voll krasses Movement, ey. Chinese 1 heißt der. Der kann doch die Quick-Combo, hä? Was ist das für ein Mechanical Wunderball? Was ist die Quick-Combo? Nee, das wird dein Crew und dein... Also du machst erst deinen Crew und dann deinen E auf Jace. Ja, ich treffe Fett. Ah, das ist einfach, ey. Ja, das ist... Also, einfach ist es schon, aber damit zu treffen wir es nicht so einfach. Fett, boh. Komm mir doch. Short-Trad, weil... Ich finde, man sieht bei Jace... Weil der nicht weiter trainet wie ein Hund. Ist was. Ist richtig. Naja, deswegen bin ich der Besten. Ich treu noch. Das ist die Besten für dich sehr hart persönlich. Ich schrei gleich. Short-Trad, aber das ist recht. Okay, dann einfach irgendwie gehen. Ian-Trad. Und die ist einfach gelane-soft, oder was? Ja, perfekt. Also, in this point, bin ich einfach... Ja, 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 ja. Item-Diff, I guess. Bump! Jungle! War... Farming, farming. Some campy campies. Ey, ich finde den Jace richtig gut, mechanisch. War der Fein-Bots? Ja. Ey, Lissandra's moving. Lissandra's moving. Wo auch immer hin. Na los! Lang zum ja! Lass uns auf! Lass uns auf! Neils hoppen zurück! Ja! Ja, der muss basen, der Jace, der war sehr low. Auch kannst du in der Basen, wenn ihr fein seid, Bot? Kannst du machen. Aber wir sind fein, weil wir sterben sind wir dumm. Genau. Ich kann dann nach Botline wieder rennen, wenn ihr nicht fein seid. Ja, wir sind sehr fein. Danke, ich hoffe, Leute. Ich bin jetzt gleich 6, wenn du reingehst, dann werden wir killen. Ja, ich fühl einfach Info auf die Talia. Vielleicht macht die Drake oder so, wenn ich 6 dann. Aber Saby kann dash, Saby kann dash. Mach mal, mach mal. Okay, Flash reicht. Flash. Ich hab schon fast wieder Bock gehabt, ne? Ja, kann. Ich bin raus. Netters Missing, aber auch Vorsicht. Komm, wir gieren rein hier, denke ich. Ist kein Greed, denke ich. Müssen wir wirklich rein gieren auf der Botline? Okay, das wird auch. Guck mal kurz bei Raptoron vorbei. Wenn sie reingeht werde ich da. Okay, schade. Wir versuchen aber wirklich alles, um unseren Sion rauszunehmen. Ja. Mental Fortitude. Das passiert nicht. Ich komm. Ich lauf hoch. Wir können vielleicht dive in. Oh, der JC moved. Well, that's not opti. Wave crashed. Die ist ne bessere Teller als ich. Ist jetzt auch nicht soo schwer. Aber, shit. Ich hab sie gestoppt nochmal. Ich bin der Blattachgrabber. Ich bin Zelle über ihr. Also ich bin sehr gefarmt, aber. Können wir weiter fighten. Coming coming. Coming coming. Yeah, fight ihn. Wenn du E ultitest. We can dive it. Push, push, dive. Das ist auch gut. Slash. Kannst du tanken? Dann kann ich den Aster nehmen. Nice. Sehr schön. Schöne Sache, Harrys. Der Voidys, Voidys, Voidys. Ich komm weiter. Ich muss noch eine Wave reinschieben. Aber die gibt's die Goobies eher alleine, ne? Ja, ich kann die Goobies alleine nehmen, ist fein. Ich komm weiter, Bucky. Wait, was ist mit dem Bruder Minion los? Der hat kein Flash, keine Grenze. Nice. Sona wartet auf sich. Sona, Sona. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da raus, denke ich danach. Das ist ja so unbelohnend. Aber gut. I'm sorry. Nee, alles gut. Meister. 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 Es tut vielleicht doch weh, ich nimm's zurück. Aber den TP, den finde ich sehr, sehr gut. Nein, ich gebe euch alles. Den sollte ich Talke ihn sich auch mal anschauen. Würde ich niemals machen. Nein, der war horrible. Talke, tu's nicht. Ich hätte es niemals gemacht. Er kann ihn sich anschauen, aber er wird es nicht so geil finden. Aber actually, wenn er noch mal... Ich glaube, ich kann ihn doch sogar... Ja, Mann. Also ich wäre gestayed, wenn er hinten würde, aber... Ich gebe jetzt gar nicht. Nee, ich will zu meiner Wave. Aber wenn die Gegner auf dem Level bleiben, fände ich mega geil. Ja, ich habe mit Tunny vorhin, wenn auch zwei Botlands komplett gestorben, dann haben wir irgendein Booster-Duo bekommen, dann war over. Also das Niveau bleibt leider nicht so. Du musst auch mal selbst ein Booster sein. Das muss ein Booster-Duo sein. Word. Word. Are they doing the Drake? They might be doing the Drake. Yes, yes, yes. So, und wo kommt der Akzent jetzt plötzlich her? Wir contesting the Drake. Bitte, kein Action-Shaming. Danke. Contesting? Wir haben ihn gebrochen. Ist unser Drake? Ja, ja, ist unser Drake. Ich gehe los ganz kurz. Ich dachte, die skripten alle die Gegner. Ja. Die Bote sind safe. Ja, nehme ihr Blues auch ab, ne? Ja, gehe ich gleich in Van. Ist der erste Drake, ist eigentlich fucking useless zu nehmen jetzt noch. Lieber die sechs Voidies ausnutzen für Platten, wenn es geht. Der Thunder kann top-em-moven hier vor sich, Kani. Mhm. Ist echt schade, dass es ist... Nee, 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 die wird nicht top. Okay. Okay. Wenn der Jungle nicht bot ist, können wir dive auf diese Waves. Token. Jop, jop. Ich scouter. Ich komme auch, ich komme auch. Ich glaube, die sind einfach weg, oder nicht? Die sind weg, glaube ich, ja. 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 Vielleicht Welfen werden noch? Check Welfies. Was machen die, wenn die nicht hier sind? Wo sind alle? Die sind in der Basie-Gang. Die haben Angst. Sind die AFK? Nein, nein. Die sind am Respekt einfach. Ja, aber Taliyah hat ja was contesten sollen. Entweder top oder bot side. Ja. Oh, Taliyah ist vielleicht richtig gut, ja. Ja. Oh, nein. Die Compatite, der Wünsche, der Wünsche. Taliyah ist nüchtig, ne? Er ist nüchtig, dann. Da ist ja so cool. Na ja, wir haben Volt-Grabbies, dass pushen. Wenn, ich glaube... Ich glaube, das ist ziemlich��. Nein. Dau'n, nö'n, 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 nö'n. Ich habe enemy TP-Forst. Aber ich trie... Ich hatte ja ziemlich nach oben. Die zweite Spieler, ist da so richtig hoch? Bote dann in? Bote dann in? Bote dann in den? Bote dann in? Nein? Ja, er könnte enden unten. Oh, das ist das schöne Leben in der Midland. Das ist wirklich so cool. Ja ja, wirklich. Das ist das gute Leben. Ja, ja, 0-3-1. Das macht das Spaß, dieses unbeschwerte Leben. Ich hätte auch keinen Bock auf Toplane, honestly. Na, es ist Arsch-Herpes. Toplane ist die Worst Rolle im Game, for sure. Ja, ja, it's not even close. Vor allem, wenn du clueless bist, vor allem, wenn du clueless bist. Aber gut, die meisten Toplane sind eigentlich clueless. Das stimmt, ja. Das ist, was ich im A-B-Z überhaupt nicht feiere. Wenn du irgendwo so einen Stat-Check-Champion hast, gegen einen anderen Stat-Check-Champion hast, einfach die Grenzen nicht kennst. Ja, ja, ja. Übertrieben-Ass. Warte, irgendeinen Toplaner habe ich gespielt? Der hätte legit Level 1 gegen Darius gewonnen, hat mir mein Chat danach gesagt. Welcher? Urgott wahrscheinlich, oder so? Neee. Urgott verliert. Wer war jetzt das? Wer gewinnt denn? Er löst doch einfach aus, folglichen. Entschuldigung, was Canis sagen hat, ehrlich gesagt. Nee, nee, es war irgendwas. Fuck, Chat, was war... Wenn andere Leute Toplane flamen und nicht einfach zuhören kann, find ich lustig. Erzähl weiter, erzähl weiter. Das war nicht Mordekaiser. Oder... Trundle? Was? Olaf? Trundle könnte... Olaf, es war Olaf, es war Olaf! Und dann habe ich ihn... Ja? Ja, warte. Und dann habe ich ihn Level 3, glaube ich, all-in, und es war so beyond easy, dass ich mich richtig geschämt habe, dass ich davor so scared gespielt habe. Es war Olaf, es war Olaf, actually. Ja, 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 ja. Aber 1 ist nicht Level 3, ne? Wir haben doch vorhin. Ja, 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 ja. Ist das Drogen, Johnny? Wir sinds noch morgen wieder. Schatz. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich habe vorhin schon mal mit dir gedivet, Kanye. Okay, okay. Du bist... Ja, ja, ich nehme mich raus. Ja, okay. Aber Lissandra war mehr Top-Lane als bei Freddy. Und... Und wer hat das Spiel gewonnen? Äh... Hast du Rockgap geschrieben? Oh mein Gott. Oh Gott, er hat XT-Gönnungen geschrieben. Nein! Es war nicht so gemeint! Der Arme. Der Arme. Der Arme ist so toxisch. Oh nein! So toxisch, Mann. So ein Hund, Connie. Du kannst doch nicht so einen schlechten Ruf machen für die Gruppe hier. So. Ich call Uno fürs letzte Game. Let's get it. Uno, mach's. Uno. Uno fürs letzte League of Legends Game. Na, vorerst, weil wir haben noch... Äh... Uns mehr Bravery. Mir wurde... Frühlich hat mir gezwitschert, dass wohl ein Cassante in Game 3 kommen könnte aus Top-Lane. Waaah! Von einem gewissen Mann. Also ich sag mal so, wenn jetzt jemand das Hops nimmt hier, dann hört's für uns alle auf. Wenn was passiert? Wenn jetzt jemand sagt, ich muss jetzt unbedingt einen Rengar spielen oder einen Cassante-Top oder so, dann hört's auf. Ich kann die Sackers jetzt mit dem ersten Game, okay? Ich sag nur... Ne, war er actually... Ja. So. Ich spür euch jetzt den Api-Varus an. Ich hab auch schon mal gesandte. Ich weiß gar nicht, ob Api-Varus überhaupt noch spielbar ist. Was ich was sagen wollte, Freddy, jetzt nach dem Q-Buff. Wenn man Fage auf Kamel kauft, du hast 9 Punkte Q. Sorry, Level 9, 5 Punkte Q. Du brauchst keine E mehr. Du bist einfach immer überall. Das ist komplett crazy in Land. Ich hab gegen die gespielt bei dem Projekt. Und die war so mächtig. Ja, Mann. Der Trinity Force Spike war völlig insane. Ja, seit 14-7 ist so geil. Und dann hab ich dann auf die Step-Seite geguckt. Und irgendwie Pick-Rate, Ben-Rate auf Top ist Ultra nach oben gegangen. Und irgendwie 53% Win-Rate oder so hat die... Der Hard-Over-Waffirm ist ein wahrscheinlich, nehm ich an. Aber man muss auch sagen, die hatte davor auch schon sehr gute Sets, ne? Also sie hatte irgendwie so 52% Win-Made und war terrible zu spielen. Und jetzt ist sie viel zu OP, I think. Also ich hab da sehr viel Spaß. Jetzt ist sie gerade der zweitbeste Top... Nee, warte mal, was haben wir hier? Nach was? 53,2%, 16% Game-Prozent. Und wer ist der höchste? Äh, Warte. Arthrox? Aber der gewinnt ja nie Games scheinbar in Solo-Q. Schauen wir mal, in Emerald, wer ist da der höchste? Das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Kani. Also wirklich... Es ist doch kein Unterschied, ob ich Kaisante spiele... Oh mein Gott. ...oder Sion. Und auf Small... Es ist doch... Da kann ich doch die Subs mitnehmen. Oh mein Gott. Wie viele Subs kriegst du denn für Kaisante? Ja, von dir fünf. Und im Chat waren es ungefähr 20 Leute. Wenn da nur die Hälfte ihr Wort hält. Oh Kani, aber das ist dir klar, ne? Dass du das gemacht hast. Hä? Also es ist doch wirklich kein Unterschied, mit welchem Champion ich auf Small bekomme. Ja, ich... Ich lockte da dir. Was? Lock sie an. Lock sie an. Lock sie an. Kani hat's verdient. Der hat uns... Für fünf Subs hat uns der verkauft. Wenn ihr mir 20 gebt... Jetzt meine Kani. Wenn ihr mir keine Subs gebt. Und ich dieses Game verliere. Will ich den Stream ausmachen. Und schlafen gehen. Und nie wieder in der Winterland spielen. Bis morgen. das... Als ob... Das... wirklich passiert. Bist du süß? Ich hab doch recht, oder nicht? Ich hab doch recht. Eine Win-Challenge wird nicht dadurch beeinflusst, dass irgendein Schmutz-Chat, den Streamer mit Geld beworfen... Moment, jetzt, wo ich sage, ist dumm, aber... Ich will auch mit Geld beworfen werden. Aber ich will auch gewinnen, das ist eine Win-Challenge. Es heißt literally Win-Challenge. Dieses Rumsabotieren muss doch nicht sein. Oh, bist du süß. Ich hab natürlich jetzt auch wieder... Schwierig nach dem Persona-Jump, aber ihr wisst, was ich meine. Nix, du, Dankeschön. Kannst du nur umzugehen, dann, Grafby, Dankeschön. Aber ich hab sehr recht, das wisst ihr auch. Das sollte auch jeder wissen. Ich? Gar nicht? Check den Win-Wert nicht. Und Maud, grüße gehen raus. Ja, nee, nee, kann nicht. Und zehn Subs sind ich gerade hier. Mein Dank, Knoblauch, Dankeschön für deine Subgifts. Und that is a tube, Dankeschön. Vielen Dank. Ich hab mein Chat vielleicht ein bisschen gescammt, ne? Weil das ist jetzt ein Jasso und kein Rengar. Naja, nö. Nein, komm mit an den... Aber du bist, du bist actually fine. Ich hab noch keine einzige 10er-Bombe bekommen. Es haben safe 10 Leute geschrieben. Ich werd im Nachhinein, ich werd das aufschreiben. By the way, wir werden mich hier scammt. Hey, Om-Om mit den fünf. Appreciate it, Om-Om. Wow! Die gesamte Lobby ist verwirrtet. Bin ich gemütet. Und dann gibt's Robben. Also, wenn das jetzt verlieren, muss ich sagen. Dann... Wir kann ich. Also, ich sag's, Rieses, mein Kessante ist nicht schlechter als Tolkien's Aliyah. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. So bist du. Hintel, dankeschön. Srev-Totl, dankeschön. Dragons. Fünf Sub-Gifts an die Community. Sagt immer schön Danke, Leute, wenn ihr einen Sub-Gift kriegt, ja? Das wär lieb. Bin mir jetzt gespannt. Wir haben... Also, wenn Karni jetzt... Wenn der Small... Verzeih... Im folgenden Call. Wenn Small da hier mit... Mit... Im Late-Game uns wegbrutzelt. Ja. Bruder. Also, Matchup ist, glaub ich, einfach unplayable. Und ich glaub, wir werden auch einfach nicht inten. Und wir werden probably auch einfach gewinnen. Aber... Panda-King von Riesa. So ein Botland-Carry werden. Red ist ja so, ist gut. Tatsächlich. Ist gut. Spiel gut genug. Moli Momano, danke für die fünfte Sub-Gift. Wenigstens... Ein paar Leute halten ihr Wort. Kuss. Hi, Brücki. Für dein Wohl... Wär's jetzt schon wichtig, wenn wir gewinnen. Aber warum denn für... Bro, er hat Talia und Yasuo. Du brauchst doch nicht rudern. Kumbaya, mein Lord. Du brauchst nicht rudern. Kumbaya... Klaus, du brauchst auch kleine Kumbaya-Zeit. Du hast uns allen doch viel mehr Zeit mit deiner Tristana-W geklaut. Hat er nicht ohne recht, hat er nicht ohne recht. Der Einzige, der jedes Game-Free-Craft spielt, ist der, der gar nicht müsste. Und das ist Kumbaya. Ist der, der Kumbaya sinkt. Ich hab gar nicht getriert mit meiner Riss-Handler, aber... Kumbaya, ich wollte dich gerade loben. Nimm's doch einmal an, Junge. Aber ich carry euch. Es ist egal. Jetzt machen wir, was du willst. Bord ist da. Was hab ich eigentlich für Runen dabei? Soll er jetzt alles ansparen? Vielleicht ist unser Draft nicht der Beste, aber verdammte Scheiße, die Kraft der Freundschaft kann alles schaffen. Wir beleidigen uns seit 10 Minuten. Ja, was liegt daran, dass du Kassan-Teingelockt hast? Du Wichser. Ich werde Mikael-Sante nicht so viele Tode haben, wie du. Flash Flash? Ich hatte sieben. Flash Flash und Ignite, ja. Ich meine auch in dem Game. Oh. Und ich werde auch nicht mehr als sieben haben. Ist auch nicht so wahrscheinlich mit einem Tank, aber eine Action-Ninn ist. Wie funktioniert die W gleich nochmal? Deine Ernst. Ach, chat, bei mir werdet ihr nicht das Copy-Paster brauchen. Aber gut, dass ihr es parat habt. Bin wirklich ich. Größte Base, denke ich. Okay, da roame ich. Haben wir Bord hier? Oh. Glaub nicht. Doch, haben sie. Wo? Was kommt der Dunger von denen gerade eigentlich? Ja, Draft-Tonger-Tedrich im Top-Side, ne? Doken, ich habe sofort Porto, ne? Wir können so hier Porto machen oder so. Ich bin eigentlich fertig mit Klier, ja, ja. Kein Flash-Off-Thresh. Also kann man, glaube ich, gut spielen. Kann man wirklich gut spielen. Ja, ja, ich... Es bleibt leicht, habe ich da. Drei Minions, glaube ich. Ich bin moving, moving, moving. Ja, ja. Junge, der Smaller zuerst wie ich. Komm mal, komm mal, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Wuff. Flash-Gang-Fresh. Geht für Flash. Junge, Krepo, nehme ich an deine scheiß Leine. Ich komme mit. Wow, wow, wuff, wuff. Ja. Wukong, top, Wukong, top, Wukong, top, Wukong, top. Base, ne? Ja. Wäre schön gut. Ja. Kein Flash, Mitte. Tak. Ja. Wau. Ganz zusammen base, middle Porto. Der Wukong fragt, der hat von den Welten nach Krabbe, aber er braucht lange für Krabbe. Kann ich gleich warden für Krabbe? Nice, Team. Ohne scheiß Krepo, du bist so ein Tier auf Bade. Ey, du bist legit unser Carry. Machst du so ein... Er ist hier, 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 hier. Erstmal, erst mal, erst mal, erst mal, Raptor. Oh, er ist down. Moving, moving. Fighting, fighting. Ach, als ob das durch Tüme läuft. Loser. Na, das tut. Fuck, ich will eigentlich nicht. Kein Flash, kein Flash, kein Flash. Oh, der ist so. Das ist ein Blastkorn. Ne, meint, Krepo. Oh. Das ist ein Flash-Bedick, ne? Weißt selber. Ja, ich weiß. Tut mir leid, Leute. War wieder nicht gut. War wieder nicht gut. Boah, freu ich mich gleich auf PUBG und DVD. Das wird so geil. Aber lasst Ultimate Bravery ganz kurz noch fertig machen davor. Mit Lucidity Boots das Cut. Ganz kurz. Ganz kurz. Auf entspannt. Dann kann Tolkien danach auch gut schlafen gehen. Ja, 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 ja. Ist gut, da komm mal. Nach Ultimate Bravery. Dann hast du einen Jumps out. Also nach... Haben wir eigentlich Nummer 5, oder nehmen wir einfach immer einen Random-Spieler-Hops? Ein Hostage? Nee, nee, nee. Also wir vier müssen Ultimate Bravery spielen. Und dann haben wir noch einen super-duper Hyper-Carry, irgendeinen Challenger-Spieler, der uns halt durchboostet. Hm. Das ist die normale Idee. Und da, Krepo, hab ich an dich gedacht. Ja, safe. Ja, Wukong geht in seine Top-Seite rein, ja? Ja, ich war weg von ihm, weil ich bin komplett on Vision. Ja, er könnte Boy-Crab, es wird nämlich ein paar von Bot-Liner, I guess. Wir können eigentlich spielen, oder wo? Ich hab jetzt Angst vor Wukong, aber wenn ja... Nee, er ist Top, er ist Top, er ist Top. Rookie, der ist Top. 100% Top-Seite. Na gut, dann können wir spielen. Spielen in der One-Time, Worst-Case, für Portal. Ich hab aber so richtig was anspielen kann ich ja eigentlich nicht. Nein, wir farmen einfach. Sie ist scary. Aber wir können auf den D-Wave hier. TF ist 6, TF ist 6. Ich repeat, TF ist 6. Wenn die D-Wave hier hatten, ist Mid-Portal mit der 3. Mhm. Hm. Vielleicht Trash-Mid, vielleicht. Ja, 2-1-ish. Ja, 3-1-ish. Zrash-Gab, Lamp-Ton, for quite sure. Ja, trotzdem hab ich sie, denk' ich. Kann man so erotisch sein. Äh, TF kann Bot-Ul, ne? Ja, wir gewinnen so hart, wir gewinnen so hart. Ja. Ich geh mit, äh, mit Token mit. Ich brauch Krabi. Maybe Drehchi. Ach, ich hab dich nicht genannt. Wir haben jetzt den Drachi. Ja, holen die Mana, ne? Brauch ich glaube ich nicht, oder? Ich bin Jungler. Ja, ich glaube jetzt. Jungle roll. Check mal Goobies. Wie ist dein EP soweit vorne, huh? Vielleicht sollst du nicht tanken. Du hast die Übereinsame gesagt. Ja, ja. Dass du nicht low bist. Wir sehen uns nach Drake, ne? Die wurden topfors. Schnell, Jinx. Feli, du bist Mausetot, oder? Ich hab Wolves, ich hab Wolves, aber die haben Laterne. Ich komm nicht. Ich mach' die Goobies, aber... Ja, ist okay. Keine TF-Bolt, keine Wukong-Ult. Ich bin noch ein Vision-Lider. Ja. Haben wir einen Wrapper? Seid ihr Fein-Bots? Ja, wir sind. Ja. Und die Wave steht gut. Ganz hinter Bord. Ich will einfach ulten. Jaaaa... Ich ult jetzt hier. Ich taus' mir nicht so richtig zu, aber ich komm gleich. Oh, der hat auch geultet. Ja, ist nicht gut noch. Jetzt haben die wieder Lunge drin. Ich ulti' die nächste Minion. Du hast uns freeze' ne, Brookie? Ja. Die Botting kann nicht lehnen. Du kannst sogar angreifen, wenn du willst. Ich, ich, ich. Mitte-Gank, in 5 Sekunden hab ich eh wartet. Ich werde leider top-gelived. Guck mal Mitte vorbei. Nein. Keine. No, als ob. Ach, beide 1 HP. Ich hätte ihn nicht ulten sollen. Das ist eigentlich gut, Kessante Toplanzer spielen gegen Smolder. Und der hat jetzt schon 71 Stacks. Es ist, es ist einfach... Oder ein Lifecraper, maybe? Ich kann's nur den Bates und du kannst nur einfach hohen, denke ich. Ja. 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 Ich bin weg, Brookie. TF OT? Nee, nee. Ist down, down, down. Down, down, down. Aber der Bro... Okay, damage. Okay. Der andere gibt sich wenigstens Mühe auf für den Fallpicks. Guck dir, nimm mal ein Beispiel an Freddy oder an mir. Du gehst einfach mal runter. Dank Gott, Karni. Das wird teuer für dich, das Game, kann ich dir sagen. Das wird aber ganz teuer, du. Oh, mein ganzer Jungle ist ab. Oh, ist das geil. Oh, das schmeckt so sehr, das Game. Ey, das ist auch so ein cooler Champion, ey. Oh, sie sind nicht hier eigentlich. Nicht unterverfahren, ja. Nicht unterverfahren. Ich freu mich so auf Karnis Kessante-Plays im Late-Game. Da freu ich mich richtig drauf. Da würde ich so ein paar richtig schöne 4.700 Copy-Pastas haben. Ich habe meine Crux genommen. Mein Rapp-Buff ist auch weg, Karni. Komm, 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 komm. Wir dive in top. Dive in top? Ich hätte alles fun. Na gut. Hat er Flash? Hat er Ghost? He knows? Hat er Eggers? I mean, can we? Maybe? Oh, ja. Nice. Good job, Leute. Geile Bart-Port-Hits. Wissen wir, wo der Bokong gerade ist? Ja, Top-Set. Also, nee. Wir könnten für mich spielen, oder? Base-Base-Bot-Seiten, glaube ich. Ja, probably. Jo, wir dive in mit. Ich ulti-3. Ich ulti-3. Komm, 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 komm. Oh. Oh, ich hatte nur die nicht-3. Oh, ich hatte nur die nicht-3. My bad. Oh, ein guter Minion-Jump. Okay, das fand ich- Okay. Und jetzt ist das Game-Video even. My bad. Aua, aua, aua. Ein bisschen- Oh. Oh. Unser Carry hat leider einen Missplay jetzt gemacht, ne? Scheiße. Unser Crapple Carry. Ja, no way. Warum urtest du? Mein bad. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Ja, 0 von 3 klingt ja auch irgendwie besser. Haben wir einen Bot denn Engel hier, Creponio? Ja, die Basing, glaube ich. Ich glaube, wir spielen... Enemy-Jungle, maybe? Oder machen wir Camps? Er spielt immer noch hier seine Nuggets, ne? Ich glaube, wir machen Camps. Was ist das? Ich lebe auch, übrigens. Hallo. Genauso stark. Ja, ich komme wieder Bot. Ja. Kein Ghost mehr auf der. Slowed? Der geht... Irgendwie... Top-Side-mäßig. Der wohl... Ich glaube, der macht wahrscheinlich die Goobies. Also, ich kann es nicht, weil ich sonst nicht move'n. Ausführer. Wir können ein paar Jinx-Diver-Token. Ja, ich komme wieder. Ja, ich habe Ulti und gleich Ghost. Scheiße. Ich ulti mit nicht den Jinx. Äh... Oh, shit. Der hätte nicht mitspielen sollen. Malwärts. Okay. Ubi sind gestorben. Ich dachte, du bist Ulti. Ich dachte, du bist Ulti. Hitte sie? Hitte sie? Ja. Gib mir einfach Q. Aber ich dachte, der Kombo ist besser. Ist doch okay. Ist doch okay. Also du jetzt... Da ging es nur um Amaral. Nein, ich wollte safe spielen. Ah, ist dieser Drache annoying. Ich komme für den Drache. Genja Yastu ist voll gut. Ist das die aus dem Film? Ja, ne? War ich reingezoomt? Ja. Weil der Champion macht aber sehr viel Spaß. Da bin ich... Jedes Kind zoomst du ein bisschen weiter rein. Ja, so. Ich glaube, ich war gerade reingezoomt. Ich bin plötzlich viel weiter weg vom Geschehen. Weil wir müssen echt aufpassen, ne? Die haben... Hinterbots, hinterbots. 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 Ja, der Smaller wird sehr stark. Ein Verbreiter für Botzeit spielen ist richtig free. Ja. Ich hab gleich ne gute Ulti, maybe? Ja, go. Ja, mit dem Port, das besser als Ulti ist. Ja. Shit. Dings. Komme. Ja. Danke für die Heals. Nice. Gibt es noch ein Wrap-Up zum Einsamen, wenn jemand möchte? Ein paar Raptors? Sorry. Biss. Das ist kein Ding, Burki. Wir machen hoffentlich Void-Crops, right? Wir haben lieber jetzt meine Top-Camps zu verlieren. Den können wir leider nicht. Der steht so oben die ganze Zeit. Ich bin auch mega-strong, ne? Wir sind schneller Bot, ne, Burki? Als ich. Molder, CPs. Die haben auch TF sogar, ne? Den haben sie, ja. Oh, ist der Wurken schon wieder hin? Der hat nichts gemacht gerade. Schön, Burki. Sehr schön. Drinnt er noch davon. Hat er geultet? TF? TF hat geultet, jawohl. Nein, Mann. Nüchig. 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 Glück ab, Kani. Gültig. 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 Weil jetzt haben wir jetzt ein Rage-Quit-Game gehabt und jetzt das? Ist das wirklich gültig? Wir haben zwei Rage-Quit-Games gehabt. Die haben auch Rage-Quit-Games gehabt. Ja, aber ja. Zwei Jungle-Diff in beiden Games. Ich tryhard zweimal auf Bord und die Rage-Quitten die Leute, ja? Das waren vier Stunden und 42 waren dort. Let's say, das ist gültig. Of course, das ist gültig. Also das wirkt sehr nüchig, muss ich sagen. Wenn jedes Mal mir in Afghanistan geht, dass das nüchig ist, wäre ja lachhaft. Ja, aber ist es gültig? Es ist safe gültig, ja. Es ist auf jeden Fall gültig. Ich weiß nicht, ob das you bezahlt ist. Es ist ein you bezahltes Game. Ultimate Bravery oder was ist jetzt der Weg? Ultimate Bravery als nächstes. Können wir schon machen, ja. Dann einfach, schaut die Lobby nochmal. Dann musst du mich einladen. Ja, ich muss auch mal einladen werden. So, rein geht's. Rein in Ultimate Bravery und dann können wir endlich lustige Games spielen, Leute, komm. Einmal anspannen jetzt noch und dann die lustige Games spielen. Können wir die Regeln nochmal einmal erklären in Ultimate Bravery? Ja, du gehst auf die Seite.